Hallo und herzlich willkommen bei der Pop-Hall. Heute ist Freitag und jeden Freitag geht es um bestimmte Themen. Und zwar heute um Sicherheit im Internet. Was wir erfahren haben von euch draußen, dass Sicherheit im Internet sehr viele Anmerkungen bzw. Bedarf hat. Und Menschen haben mit uns gesprochen, was sie über Sicherheit im Internet so fragwürdiger. Und ich habe wie immer einen Gast und zwar den Thomas und der hat sich Gedanken gemacht im Internet bzw. sich halt über das Internet Gedanken gemacht und hat eine Lösung. Oder, hallo Thomas, herzlich willkommen bei der Pop-Hall. Komm ein bisschen näher bitte, wegen dem Mikrofon und dann kann man besser sprechen. Was hast du, was für eine Idee steckt da über Sicherheit im Internet bei dir im Kopf? Ja, vielleicht kurz, warum ich überhaupt hier bin. Also ich bin halt als Medientrainer und Pädagoge unterwegs in Schulen, in Jugendzentren. Arbeite aber auch irgendwie mit normalen Nutzern, sage ich mal, Handynutzern, Bürgern, einfach aus NRW. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass es da eine große Unsicherheit gibt. Und nicht erst seit dem Facebook-Skandal, viele da praktische Bevorhandel sind. Genau, es gibt Bedarf dafür, die Sicherheit bei der Smartphone zuzüge. Also nicht nur Smartphone, sondern auch von der Desktop-Variante. Also es geht ja allgemein dazu, Sicherheit im Internet über, also das Internet mehr zu schützen. Und wie sollen die Menschen jetzt da eine Hilfestellung bekommen? Ja, also wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es hilfreich ist, dafür eine entsprechende Anwendung zu haben. Entweder einen Browser, auch eine App-Form, die aber nicht aussieht wie eine App-Form, ohne jetzt ins Detail zu gehen, auf jeden Fall gibt es seitens der Nutzer einen großen Bedarf und auch eine Bereitschaft, daran mitzuwirken an Inhalten wie solche Inhalte wie Fake News oder Gefälle von Hate-Sweech, Cyber-Mobbing, falschen Meldungen von Kindern. Verstehe ich. Und wenn man ein bisschen zu melden, hat man dafür zu sorgen, dass man das am besten in dieser Seite gar nicht erst betreten hätte. Wie funktioniert das jetzt? Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Fake News-Sache im Internet gesehen. Oder melde ich das? Oder wie gehe ich vor? Ist das einfach? Ist das schwer oder zeitaufwendig vielleicht? Also wie wir uns das jetzt vorstellen, ist es nicht schwierig. Also es ist mit, ja, im besten Fall einen Klick getan, im schlimmsten Fall vielleicht drei. Wer möchte, wem das Wichtigste an ihm ist, der kann ein bisschen mehr aufwand treiben, der kann zum Beispiel auch einen Beitrag sein. Wir sind gerade, wie ihr es auch da hinten seht, bei Vor-Ort-NEW, das ist die, ich treme mich auf bitte, Landes-Sache für mich. Mir bleibt die Spucke weg. Also nochmal, da werden ja auch gerade Ideen entwickelt und kleine Idee ist es ja, das auf den Markt zu bringen. Wenn ich schon das Wort Markt nehme, hat das auch mit Marketing und beziehungsweise auch mit Geld zu tun. Müssen die User oder habt ihr vor, die App zu verkaufen oder habt ihr einen anderen Business Case hinter? Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Frage und auch ein Knackbuch, ganz klar. Also, wahrscheinlich ist es bei Möglichkeiten, die kostenlosen Varianten, die sind jetzt meine Fantasie. Also eine Premium-Sache, wo man dann vielleicht andere Sachen auch sehen kann. Mehr Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten, genau. Das hast du gut erklärt. Was, was denkst du, wo die, welche Zielgruppe diese App vielleicht interessiert? Also wir in Gesprächen mit Leuten auf der Straße, hat sich ja auch kristallisiert, dass es vor allem, die Frauen sind, die Kinder, die Bedenken haben. Ja. 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 Eigentlich fällt mir jetzt gerade nicht ein, habe ich da gerade was vergessen, was du vielleicht erklären wolltest über diese, über die, ich will jetzt nicht Apps sagen, wir haben die Nase voll von den ganzen Apps, aber über diese Anwendung, die mir hilft, vorab, bevor ich klicke, eine Meldung zu geben, hey, stopp mal hakern, das, was du machst, ist ganz schlecht. Du musst jetzt mal hier aufpassen, da noch Details zu sagen, wie zum Beispiel, wann das kommt, wann ungefähr ist es bereit für den, oder habt ihr schon einen Beta-Test da oder sowas ähnliches? Nee, das kann ich nicht einschätzen, aber wir sind jetzt, ja, eigentlich erst aus der Idee-Empfindungsphase heraus und stehen jetzt am Anfang vor. Okay. Was müssen jetzt die Leute machen, um mit dir in Kontakt zu treffen oder mit deiner Idee in Kontakt zu treffen? Gibt es da eine Landingpage oder eine Facebook-Seite? Keine Ahnung. Ja, unsere Idee ist, dass dein Video, das ihr jetzt hier seht, die Möglichkeit hat, ja, entsprechend anzuklicken, wenn ihr euch mal fragen könnt. Okay. Den Link werde ich hier unter den Kommentaren nochmal drunter setzen, wenn ihr Interesse habt, klickt da mal da rein, da könnt ihr noch weitere Informationen sehen. Ich selber werde noch einen Blogartikel natürlich, wie immer machen, damit ich auch diese Ideen auch unterstützen kann. So, das war es eigentlich. Also kurz gesagt, wenn ihr Interesse habt über die Sicherheit im Internet, da gibt es bald was Neues und ihr solltet auf alle Fälle da mehr Informationen in den Link bekommen. Das war es von meiner Seite aus. Das war die Popcorn-Deutsch über die Sicherheit im Internet mit Thomas. Bitte. Ja. accord.